In dem heutigen Video möchte ich mit euch bei NBA Surveyor natürlich wieder meine Aufstellung für die anstehende 22. Game Week besprechen und natürlich auch einen Rückblick auf die zurückliegenden 21. Game Week wagen, euch mit dem Ausblick natürlich auch meine Gedanken für die Aufstellung mitgeben und ein paar Hinweise und wenn euch das interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran und damit ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal Money Mafia. Starten tun wir natürlich wie immer mit dem Rückblick. Diese zurückliegende Game Week hat bei mir leider keine Rewards gebracht. Ja, ich sag mal so, es hat an der einen oder anderen Stelle, hätte ich bestimmt ein bisschen klüger auch aufstellen können und es waren auch ein paar gute Spieler dabei, aber ich glaube, das ist ja häufig so, wenn wir jetzt hier mal starten, Limited Champion, natürlich, wenn ich mir das angucke, ich sag mal, die Aaron Fox, Alperin Shengün, da hatte ich mir natürlich deutlich, deutlich mehr erhofft, ja, und das wären dann auch schon so Positionen gewesen, wenn die besser gelaufen wären, zumindest so, wie ich mir das hätte vorgestellt, dann wäre das auch gut und gerne möglich gewesen, da auch besser abzuschneiden. Also hätte ich jetzt zum Beispiel statt einen D. Aaron Fox zum Beispiel einen, LeBron James hat ja nicht schlecht gespielt gehabt, oder zum Beispiel auch Anthony Edwards, dann wäre da einiges mehr möglich gewesen, aber es wäre mal hätte, hätte Fahrradkette. Weiterhin super stark Jared Allen, auch TJ McConnell wirklich wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gespielt. Weiterhin profitiert aufgrund der, ja, Verletzung von Andrew Nembhardt und da auch wieder immer der Hinweis, guckt euch den NBA Injury Report an und Corey Kispert, ja, jetzt auch nicht so überragend gespielt gehabt, vor allem, wenn wir uns angucken, was bei mir im Limited Underdog los war. Ja, also, ja, Kevin Hurt, Nikkeil Alexander Walker, Trey Jones, alle drei wirklich überdurchschnittlich über ihre eigentlichen SoRare-Bewertungen gespielt. Ja, und wenn ich die hier reingeworfen hätte, schon mal statt ein Corey Kispert, dann wäre da auch deutlich mehr drin gewesen und vor allem hätte ich dann mehr Luft noch gehabt, um andere Spieler vielleicht möglicherweise einzusetzen. Ja, und hier hat es wirklich, ich meine, um 24, 23 Punkte gefehlt, da hätte ich dann hier wirklich einen Reward rausbekommen, dafür, dass zwei Spieler gar nicht gespielt haben, ist das wohl, glaube ich, echt gar nicht mal so verkehrt. Im Contender hat es auch nicht gereicht gehabt, ihr seht es hier, 23 Punkte haben gefehlt, das ist auch, ja, gar nicht mal so wenig. Oliver Maxenspros war auch wieder ein starkes Spiel gehabt, wo er wieder zu Einsatzzeiten gekommen ist, genauso wie ich es eigentlich, ja, vorhergesagt habe, dann aber im nächsten Spiel wiederum wieder nicht gespielt gehabt, also das ist mit ihm ein bisschen schwierig, ihn immer richtig einzusetzen. Ich hatte mit ihm jetzt eigentlich zwei, dreimal, wo ich ihn eingesetzt hatte, auch wirklich Glück. Ja, muss man sich das genau angucken, ob man dann das natürlich auch wagt, dann ihn hier auch einzusetzen. Ansonsten hier vor allem herausragendes Spiel von Mikael Bridges, ja, Walker Castle leider auch nicht so stark, Malik Monk auch trotzdem ein gutes Spiel, Rob Jones auch okay, aber jetzt auch nicht so, dass es hätte hier reichen können, also das ist dann schon großer Abstand gewesen, wo es bei mir wirklich echt ziemlich gut lief, obwohl es auch wieder nicht viel Rewards gereicht hat, bei einem Rare-Bereich, also wenn ich mir hier die Aufstellung auch mal angucke, vor allem George Niyang, wenn ich mir das angucke, wirklich sehr stark, Mikael Bridges habe ich gerade schon einiges zugesagt, also da bin ich im Rare-Contender-Bereich auch wirklich, ich will nicht sagen nah dran gewesen, aber es haben mir so 25 Punkte gefehlt, und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte einen Dennis Smith Jr. eingesetzt, den ich ja habe, der wirklich sehr stark gespielt hätte, dann wäre ich hier glaube ich in die Rewards reingekommen, also die Möglichkeiten bestehen, das analog gilt bei Rare Champion, ja, wenn ich, wie gesagt, Dennis Smith Jr. hier statt zum Beispiel einen Torian Prince eingesetzt hätte, aber es ist ja immer so, hätte, hätte, Fahrrad hätte, aber hier ist glaube ich, oder hier sieht man auch, was möglich ist, wenn man eben so einen starken Block hat, also jetzt Sabonis, Grant und Gobert, ja, also wenn die wirklich gute Spiele machen, dann ist da eigentlich wirklich einiges möglich, aber in der Zurücklinien-Gameweek leider nicht, und von daher sollen es das auch nicht weiter aufhalten, und wir schauen uns die Aufstellung für die anstehende Gameweeks an. Im Limited Champion starte ich hier mal direkt mit LeBron James durch, ja, 39 Jahre vor kurzem erst geworden, weiterhin spielt er wie ein 29-Jähriger, mal mindestens, also wirklich extrem, extrem stark. Ich habe ihn jetzt hier drin gelassen, waren auch eine Überlegungen, zum Beispiel Anthony Edwards drin zu lassen, Jaron Fox hat jetzt gerade so ein bisschen, ja, ein kleineres Formtief, würde ich mal behaupten, also er hat nicht so diese ganz starken Leistungen gehabt, wo ich ihn hier als MVP einsetzen würde oder müsste. Ich hoffe, das rächtet sich jetzt nicht hier, dass ich meine Top-Spieler wie Embiid, Antetokounmpo und Jokic verkauft habe, dass ich jetzt hier an den Rewards gar nicht mehr rankomme. Aber mal schauen, LeBron James, auf jeden Fall, glaube ich, ein solider MVP-Kandidat. Dann Jalen Williams, einmal natürlich ein Thema, hier drei Spiele, das ist natürlich immer gut, obwohl ich jetzt in dieser Aufstellung auch Spiele habe, die nur ein einziges Spiel die Woche haben. Das kann natürlich so oder so werden, also es ist schon aus meiner Sicht, für meine Verhältnisse, ein gewisses Risiko, was ich eingehe. Bei Jalen Williams vertraue ich aber, dass er zumindest bei diesen zwei Spielen, die auch in dieser Gameweek drin liegen, von daher, das ist so, da gehe ich jetzt auf Angriffs-Modus quasi. Einmal gegen die Wizards und gegen die Trailblazers, wo die Jokic Thunder wirklich deutlich, deutlich überlegen sein sollten und ich glaube, da auch viele Möglichkeiten auch für ihn erzeugt werden und deswegen habe ich ihn hier dann auch entsprechend in meiner Aufstellung drin und werde auch auf andere Jokic-Spieler vertrauen. Und ja, weiter machen wir mit Jonathan Kuminga, auch wenn bei den Warriors auch um ihn herum gerade aufgrund der Spielzeiten, ich sage mal, eine kleine Debatte ausgebrochen ist und auch andere Spiele darum klagen und jetzt auch noch Dramon Green zurückkommt, ist die Frage, wie viel spielt er jetzt wirklich? Das Risiko gehe ich jetzt aber erstmal ein. Nur weil Dramon Green jetzt erstmal, ich sage mal, freigegeben wurde, heißt ja nicht, dass er auch sofort spielt, bin ich jetzt gespannt, wie sie damit umgehen werden, auch in den nächsten Wochen, aber ich lasse ihn jetzt erstmal drin, weil wie gesagt, ist es auf jeden Fall eine gewisse Art von Risiko sowieso in dieser Aufstellung drin und von daher gehe ich das hier weiter ein und hier geht das nämlich so weiter. Der Winversoe momentan aber sehr, sehr stark in Form und dann auch noch ein Spiel gegen die Pistons, die momentan eher nicht so gut in Form sind, ja, von daher lasse ich ihn hier auf jeden Fall drin und vertraue auch, dass er hier wirklich weiterhin starke Leistung abliefert. Genau und last but not least, Shaden Sharp mit den Trailblazers, ja, das kann natürlich so oder so gehen, hat jetzt, wie ihr seht, aber auch wieder eine etwas aufsteigende Formkurve gehabt. Jetzt muss man auch immer gucken, ich meine, im Großen und Ganzen, Scoot spielt, ist jetzt auch, kommt jetzt besser und besser rein, habe ich das Gefühl, Anthony Simons, habe ich das Gefühl, ist dann eher so die Nummer 1, aber Shaden Sharp wird auf jeden Fall spielen, wenn er dann auch einen guten Tag hat und darauf hoffe ich mal, dass es dann hier entsprechend rund läuft, vielleicht sogar am ehesten gegen die Knicks, ja, mal schauen, im Garden ist er vielleicht ein bisschen motivierter, ja, bin ich gespannt, aber so sieht erstmal meine Limited Champion Aufstellung aus. Im Contender machen wir auf jeden Fall weiter und ihr seht es auch jetzt zum Beispiel bei Trey Jones schon, also sehr stark darauf ausgelegt, bei mir jetzt auch auf die entsprechenden Matchups, also Trey Jones jetzt auch wieder mehr Spielanteile, kommt gut rein und dann auch natürlich gegen die Pistons ein Team, was noch schlechter dasteht als die Spurs, da sind glaube ich viele Räume auch offen für so einen kreativen Spieler wie ihn und ist jetzt auch wieder, ich glaube ein, zwei Mal auch als Starting, Pointing hat aufgelaufen und das aus meiner Sicht ist der einzige Spieler, der Pointing hat bei den Spurs momentan so richtig spielen kann und vielleicht Devin Vassell auch noch, aber der ist eben eher ein Flügelspieler, also von daher, mal gucken, wie viel Zeit er dann tatsächlich bekommt, als nächstes Cole Kispert lief jetzt in der letzten Gameweek nicht ganz so stark, aber das kann sich natürlich auch wieder drehen, vor allem eben gegen so ein Team wie die Pacers, die sehr offensiv stark sind, in der Defensive ein bisschen lacken ja, ist er auf jeden Fall glaube ich ein guter Pick, apropos Pacers, ja, hier natürlich TJ McConnell, Andrew Nembott weiterhin auf dem NBA Injury Report drauf, also schaut euch den auf jeden Fall dran, deswegen habe ich ihn hier auch drinnen gelassen, hat jetzt die letzten Spiele ja auch, also Nembott hat jetzt auch nicht gespielt gehabt, deswegen lasse ich das weiterlaufen, bei ihm, ihr seht es jetzt immer so, die letzten Spiele, ein Spiel gut, ein Spiel okay, ein Spiel gut und von daher zwei Spiele, vielleicht geht das hier auch entsprechend auf, von daher ist er drin, und natürlich gegen die Wizards, da sollte auch was möglich sein, ja, mein nächster OKC Thunder Spieler, Lou Dort, ja, wie gesagt, er ist wirklich gerade auch mit starken Leistungen dabei, immer so 30, 35, dann zwei Spiele, wie gesagt, das gleiche hier gilt, was ich vorhin schon gesagt habe, gegen die Wizards, Trailblazers, da sollte glaube ich einiges möglich sein, für die Thunder, und dann auch entsprechend für die Rollenspieler, sage ich mal, dass dann ein Jay Gilgis Alexander nicht irgendwie seine 35, 40 Punkte machen muss, sondern dann eben auch die anderen Leute freisieht, und die dann auch die Möglichkeiten bekommen, und last but not least, Emmanuel Quigley, der jetzt wirklich nach seinem Wechsel bei den Raptors, echt aufblüht, ja, ist in der Starting Five drinnen, natürlich zwei Spiele, in Los Angeles, starke Gegner, aber ich glaube, da ist er dann vielleicht auch noch mehr motiviert, ist wie gesagt, Starting Point Guard, wird er wahrscheinlich auch einige spielen, von daher ist er hier bei mir auf jeden Fall in der Aufstellung mit dabei, einfach nur just for fun, ja, weil es jetzt in der letzten Game tatsächlich gar nicht mal so schlecht liebt, lasse ich hier wieder eine Limited Anadoc Aufstellung ins Rennen, ja, mal sehen, Oliver Maxens Prost, das kann natürlich sein, dass er gar nicht wieder spielt, vielleicht bekommt er die Möglichkeit, vor allem, ja, so ein Spiel gegen die Grizzlies, wo auch zum Beispiel Jarman Rand jetzt wieder fehlt, das könnte ein deutliches Spiel werden, dann wieder vielleicht ein bisschen mehr Spielzeit, ansonsten, die Keller-Alexander Walker, Kevin Hurt, Cam Reddish, in letzter Zeit gar nicht so gut drauf, ich habe ihn damals gekauft gehabt, weil ich gedacht habe, boah, das könnte jetzt seine Breakout-Season werden, sieht jetzt noch nicht mehr so danach aus, und hinten noch Sandro Mamu Kelashvili, das kann natürlich ein Gar-Nicht-Spielen werden, da bin ich mal gespannt, wenn er da den einen oder anderen Punkt beiträgt, ja, vielleicht ist hier was drin, würde mich auf jeden Fall freuen, dem mitgenommenen Reward, schaue ich auf jeden Fall, ja, nicht negativ entgegen, also von daher mal gucken, was hier im Underdog auch möglich ist. Und mache ich weiter mit der Aufstellung im Rare Champion, also mit der Aufstellung hätte ich in der letzten Game Week auf jeden Fall einen Reward abgegriffen, aber das war nicht meine Aufstellung leider, mal gucken, vielleicht halten sie das ja genauso aufrecht, und können jetzt in dieser Woche auch entsprechend absahen, Domates zur Bonus-MVP, also andere Möglichkeiten gibt es für mich jetzt hier tatsächlich nicht, auch wenn man hier sagen muss, die Match-Ups sollten ihm sehr liegen, Jalen Duren ist natürlich ein echt heftiger Dude, aber noch sehr, sehr jung, unerfahren, der Bonus ist einfach, glaube ich, mindestens eine Liga darüber, und wenn sie dann auch noch gegen die Hornets spielen, Mark Williams weiß ich jetzt gar nicht genau, ich glaube, der war auch auf dem Injury-Report drauf, das sollte dann ein Freifahrtschein, in Anführungszeichen, werden, deswegen er auf jeden Fall am Start. Als nächstes ist das mit Bain, jetzt leider nur ein Spiel gegen die Mavs, aber ist auch gut in Form, deswegen, ja, lasse ich ihn drin und hoffe, das gleiche, gut in Form gilt auch für Jeremy Grant, jetzt wirklich ein paar sehr starke Spiele gehabt, wie gesagt, aus meiner Sicht, einer der besten Spieler, der beste Spieler, den die Trailblazers eigentlich haben, auch jemanden, den sie vielleicht noch innerhalb von Trades am ehesten, ja, zu Picks oder was auch immer, traden können, ja, ist er ja auf jeden Fall bei mir in der Aufstellung mit dabei, als nächstes Rudi Gobert, ja, ähm, auch, also was sie mit den Trailblazers diese Saison machen, echt super stark, dann, auch hier im direkten Matchup, natürlich hast du einen Mo Wagner zum Beispiel, bei den, ähm, Magic oder Goga Bittaze, aber Gobert ist doch noch deutlich, deutlich stärker, und ansonsten dann auch hier ein gutes Matchup, auch gegen die Celtics, ähm, das sollte, glaube ich, einiges möglich sein, und deswegen ist er auf jeden Fall in der Aufstellung, und Dennis Smith Jr., leider jetzt nur ein Spiel gegen die Cavs, aber er ist jetzt wirklich gut wieder zurückgestartet, mal gucken, ich hoffe, er hält das, äh, aufrecht, ähm, ja, aber, wie gesagt, wollen wir mal schauen, was diese Woche mit dieser Aufstellung tatsächlich dann am Ende auch bei rumkommt, und last but not least noch die Rare Contender Aufstellung, ja, ähm, stellt sich im Großen und Ganzen eigentlich fast von ganz alleine auf, Georges Young, jetzt wirklich eine gute Gameweekup, ein paar gute Spiele, dafür, dass er eben einen 15er Durchschnittswert hat, hier Jalen Smith, hier natürlich vor allem Matchup gegen die Wizards, wo, glaube ich, einige Möglichkeiten für ihn, äh, sich auch er öffnen sollten, ja, ähm, ist auch ein, ja, ich will nicht sagen Stammspieler, aber er kriegt wirklich echt viel Spielzeit bei den Pacers, also, den habe ich jetzt auch neu erst dazu geholt, als nächstes zu TJ McConnell hatte ich, glaube ich, schon einiges gesagt gehabt, Clint Capella, also Embiid ist auf jeden Fall auf dem Injury Report drauf, ist jetzt die Frage, ob er tatsächlich wieder ausfällt, ähm, wollen wir mal sehen, ansonsten, glaube ich, ist hier dann einiges möglich, wenn Embiid wirklich nicht spielen sollte, weil dann ist die Lücke dann doch arg groß, ähm, von daher, ähm, mal schauen, wie er sich hier machen wird, und, last but not least, Cole Kispert hat jetzt auch schon einiges vorhin erst gesagt, habt, ist ja auch in der Aufstellung mit dabei, äh, von daher wollen wir mal gucken, ähm, ja, heute bin ich leider erst sehr, sehr spät dazu gekommen, hier dieses Video zu machen, ähm, ähm, ich hoffe, ihr habt trotzdem noch die Möglichkeit, euch das vorher reinzuziehen, und entsprechend vielleicht auch noch in eure Aufstellung, mit zu, äh, ja, involvieren, diese ganzen Informationen, ja, jetzt habe ich wieder quasi gestartet zu arbeiten, erster Arbeitstag, ist mal gleich Katastrophe gewesen, ähm, von daher, ja, die nächste Zeit, sollte es dann wieder früher kommen, diese Videos, ähm, von daher gerne diesen Kanal abonnieren, wenn ihr ja noch nicht dabei seid, und die Glocke aktivieren, dann werdet ihr nämlich benachrichtigt, wenn diese zeitkritischen Videos rauskommen, jetzt seid ihr immer noch kurz davor, bevor die, ähm, ja, die Game Week schließt, also die Informationen könntet ihr theoretisch noch verwenden, und, daher ist es eben echt sehr wichtig, den Kanal zu abonnieren, und die Glocke zu aktivieren, damit ihr, wie gesagt, diese Benachrichtigung bekommt, wenn euch diese Art von Videos gefallen sollte, würde ich mich natürlich super über einen Like freuen, wenn ihr jetzt neu bei NBA Surrey seid, und auch einsteigen wollt, dann habt ihr unten in der Videobeschreibung meinen Affiliate Link, wenn ihr euch unter diesem Link anmeldet, erhaltet ihr eine Limited Karte gratis dazu, wenn ihr fünf Limited Karten in der Auktion ersteigern wollt, wenn ihr euch einfach nur so anmeldet, bekommt ihr diesen Bonus nicht, von daher macht das auf jeden Fall, ist aus meiner Sicht eine Win-Win-Situation, und wenn ihr nicht meinen Link nehmt, dann auf jeden Fall von anderen, äh, ja, freuen, bekannten Verwandten, wie auch immer, ansonsten drücke ich euch jetzt viel, äh, drücke ich euch viel, wollte ich schon sagen, drücke ich euch die Daumen, für die anstehende Game Week, und, ähm, ja, lasst euch abschließend hier noch eine Videoempfehlung, und eine Playlist von mir einblenden, bis zum nächsten Mal, Ciao, ciao.